Servus zusammen, schönen guten Abend, das ist Mittwochabend 17.36 Uhr, DAX ist zu und wenn ich ihn richtig sehe, schließt er bei 12.851. Mir gefällt das hier irgendwie nicht. Der macht immer wieder, der Index, den Eindruck, als ob er irgendwie hier eine Bodenfindung abschließt. Das haben wir gestern zum Beispiel gehabt, als wir dann hochgingen in der Spitze bis 13.054 und dann gibt er auch genauso schnell wieder nach. Sollten wir dieses Low vom 29.08, das war bei 12.758, mit Schlusskurs unterbieten, dann ist das hier eigentlich Pflicht. Also dieses Low bei 12.389. Die Bänder gehen weiter auf, da ist noch nichts von wegen mit, wir drehen mal hier oben. Von daher ist keine Entlastung angesagt. Wir haben mehr oder weniger einen ganz klaren Downtrend mit kleinen, ja doch, kleinen weißen Kerzen, aber das ist irgendwie nichts. Ich habe mir das mal angeschaut, von dieser Bewegung hier, das war am 05.07. bis zu dem Hoch bei, wo war denn das? Das war bei 13.947. Da sind wir jetzt genau auf das 76er Retracement runtergegangen. 76,4. Wir sind zwar innerhalb der Bänder, aber nochmal, die Bänder gehen auf. Das obere neigt in keinster Weise irgendwie dazu, hier runter zu gehen. Also das wird eine ganz spannende Geschichte mit 12.000, wo war jetzt hier der Tiefskurs, 12.758. In der gleichen Zeit, meandert, und ein anderes Wort fällt mir dazu nicht ein, meandert, hier unten der Oszillator rum. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das kann sich ziehen, 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 in der Zwischenzeit kann der Markwart da runtergehen. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Erst wenn der hier wirklich mit Schlusskurs 17.36 hier drüber geht, kann ich da eine kleine Entlastung ansprechen. Wir sind, ja, noch negativ über das MACD. Ich sage immer lang, kurz, kurz, ja, aber jetzt sind die beiden hier, haben die gleiche Höhe. Von daher ist da auch keine Entlastung zu sehen. Die Nachrichten werden zumindest nicht besser. Schlimmer möchte ich gar nicht sagen, aber sie werden nicht besser. Nur, wenn man jetzt mal rechnet, was Strom kostet, ab morgen ist dann wieder das Benzin teurer. Es gibt keine 9-Euro-Tickets mehr. Also das, oder zumindest nicht in dieser Art und Weise, wie wir es bisher hatten, gefallen darf mir das alles nicht. Ich muss davon ausgehen, dass wir das hier mindestens sehen und wer ergeht da drunter. Dann ist das hier Pflicht, hier unten, die 12.3.89. Gucken wir mal, das ist ja der Tageschart hier. Schauen wir mal auf den 4-Stunden-Chart. Der hat auch immer wieder Hoffnung erweckt, siehe hier, aber bricht dann im neutralen Niveau wieder runter. Völlig neutrales MACD, da kannst du nichts mit anfangen. Ich sage mal eins, erst wenn wir hier drüber gehen, über diese Kerze, und da war das Heil bei 13,155, könnte man von einer Art Entlastung sprechen. Aber so weit ist es nicht. Gucken wir mal auf die Stunde. Hier seht ihr den Casus Knactus. Hier ist einer, das waren die Tagestiefs, aber hier ist der eigentliche Punkt. Das 76er Retracement von FIBO. B, wenn wir da runter gehen, es bricht anders wieder runter. Es ist überall leicht negativ, über das MACD, über die Stochastik. Da ist nirgendwo, irgendwo etwas Positives. Also wer keine Position hat, sollte warten. Oder leicht Putz kaufen. Putz im Strike von hier etwas über 13.175. Wer eine Position hat, muss damit rechnen, dass es hier noch weiter runter geht. Und wer short ist, kann es bleiben. Mit einem Stop hier oben bei 12.989. Also mir gefällt das hier alles nicht. Es ist irgendwie sehr, ich finde es sehr unangenehm zu handeln. Ich sehe das auch bei verschiedenen Aktien. Ich nehme da ganz gerne die Adidas. 1,48, 1,53, 1,48. Tja, ich weiß nicht, wie ich das ernst nehmen kann. Deswegen, ich halte mich hier tendenziell eher raus und wenn da Kleinigkeiten short, mit dem Stop hier oben bei 13.051. Mal zu den Scheinen. Den Call habe ich mit der Basis 12.332 gewählt. Damit sind wir noch unter diesem Tief von Anfang Juli. Das ist im Moment ein 23er Hebel. Das ist die GK12ES. Den schaue ich mir erst dann an, wenn wir hier in diesem Bereich sein sollten. Vorher nicht. Aber selbst wenn wir hier einen Boden machen und ein Boden würde erst dann entstehen, wenn wir über die 13.175 gehen, ist das eine gute Option. Dann hat er irgendwie so einen 17er Hebel, reicht auch. Beim Putt gehe ich ein bisschen näher dran. Das ist eine Basis 13.372. Da sind wir hier hinter dem 50er SMA in der Nähe der 20-Tage-Linie oberhalb von diesem kleinen Zwischenhoch. 13.372, das ist ein 24er Hebel. Das ist die GK9D0T. Es gibt halt hier immer auch mal wieder Aktien, die machen einem Hoffnung. Dazu zählt eine Lufthansa, dazu zählt eine Bayer, Unicredit. Aber auf der anderen Seite, gerade Bayer war so ein Ding, da waren sie 55, da waren sie wieder 50,5. Jetzt sind sie wieder im Moment bei 52,50. Das kann man im Moment nicht greifen. Die Volumina sind gering. Und wenn da eine größere Kauf- oder und Verkaufsorder auf den Markt trifft, dann knallt die halt dementsprechend hoch oder runter. Das ist halt das Gefährliche hierbei. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.